So und da sind wir wieder, bei The Walking Dead, 400 Days. Und jetzt machen wir die letzte Story. Mit dem Ladebildchen. Ein Wasserturm, wo Wasser drauf fällt. Bonny, Tag 236. Kann ich die Schlange kontrollieren? Oberklaue. Ich bin nicht so, dass du einen dauerkennen willst. Okay, wie auch noch... Oh, keine Ahnung. Ich sollte dich nicht aufhören. Ich hätte dich aufhören. Oh, komm mal. Du wäre viel weniger Spaß. Du hast viel mehr Spaß. Du fühlst dich besser? Ich denke, ich bin. Du fühlst dich besser. Aber du musst sagen, dass alles nicht gut ist. Wenn das falsch ausgesprochen wurde, Was ich meine, ist, ich meine, du war, du war, du warst, du warst. Du warst, du bist nicht perfekt, Herr Lobster-Hanes. Vielleicht sollte ich ein Minute ein bisschen auf deine Fälle sein, wie du es magst. Ich? Ich bin nicht perfekt. Das ist richtig. Und du bist älter als Dirt. Schau, wenn du das alles weg bist, kannst du alle Fälle, die du möchtest. Ich meine es, Toll. Du bist ein guter Freund, sag ich mal. Du bist ein guter Freund, Leland. Ich weiß. Okay, du bist nicht so gut. Schau, du wirst nicht mehr gehen, oder? Okay, so lange, als wir zusammen sind, werde ich da für dich sein. Und du hast keine Angst, du wirst das wissen, nicht wahr? Ich weiß. Oh, oh. Gott, Leland. Danke. Bonnie, ja. Leland? Bonnie? Wie? Hey, honey. I found us something. What are you two up to? Das ist persönlich? It's private. Private? Confidential? Confidential, I see. And what was the topic of this confidential board meeting? Hummer. Um, 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 Lobsters. Lobsters? Well, Fishing. Figured it'd be worth a shot for the food, you know? Leland, you hate Fishing. Well, that ain't totally true. And how many days you gone fishing? What? I go fishing all the time. Thought you, didn't I? I am a catch. Oh, now I know it. I got you a present. Oh, you shouldn't have. What'd you find? I'll tell you later. I don't mean to interrupt your chat with your, uh, girlfriend, but, uh, we gotta get moving. Okay. So, where'd you get the bag, Dee? Dee? Dee, did you hear me? What was I... Just drop it, Leland. Hey, Dee, when we get back to camp, would you let me borrow some of that nail polish? Sure, hon. You like this color? That's my favorite. And after today, I could use a new coat, you know? Same here. I feel like a drowned rat with these claws. Not to interrupt the girl talk here, but, uh, Dee, that's the bag. Look, I found it down the road a piece, all right? Where down the road? Some place off that-a-way. Hey, Dee, you gotta give us more than that. Did you steal it? What? Dee, Bonnie's right. If you stole that bag, we need to know. You don't gotta make no big deal out of it. You guys sure gang up on me a lot lately. Honey, that ain't true. Tell me one time you sided with me in the last week. The last month. All right. I can't remember one especially, but I know I have. False. This is how all our fights go. Every time. Now we're standing here in the woods, soaking through, and for what? Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one who- Push your voices down. But you are the one who made me stop. Irregardless, we could just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. He unlocks more control. You're gonna know if we're standing in this goddamn rain in this goddamn middle-of-nowhere place. I know who did that on purpose. You listen to me now. I have had it up to here with listening to you. I can't believe you. Oh, forget the both of you. I'm leaving. Don't leave, please. We can sort this out. Oh, Lord, give me strength. We'll straighten this out. You will. Right, Dee? We can solve this out. We just need to get somewhere else. Oh, now you agree with me. Bonnie, darling, I'm sorry. Darling? D, come on. Save it. I don't know what side your bread is buttered on. Yours, too. D, now's not the time. Every excuse we've got, we'll hash them out later. I refuse to get in the middle of this. Well, too bad. You already are. I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes. And then you and your girlfriend can... Oh, shit. Oh, no. Oh, God, run. Come on, we gotta move. What are you talking about? Oh, shit. I'm not doing anything, but... I'll do something first. Stop going so fast! Oh! Okay. Exactly. Hold on, hold on, hold on, hold on. Die sind nach rechts gegangen, nicht hier gerade raus. Warum kann ich da nicht hinterher? Toll, dann nehmen wir die Abkürzung. Wasserrutschen macht eh mehr Spaß. Okay, da oben ist nichts. Und das war mein Handy. Warum auch immer, dass das jetzt Geräusche macht. Ich hab's auch ausgestellt. Und der Gefängnisbus war da. Habt ihr ihn gesehen? Das war derselben. Und Kornfeld? Ein Kornfeld kommt mir doch auch bekannt vor. Besser nicht in die Nähe von den Typen hier kommen. Wow. Erstmal aus... Das sind auf jeden Fall die Typen... aus... Das ist Roman. Das sind die Typen aus der anderen Story. Das ist mal weiter weg. Die sollen uns hier nicht so schnell kriegen. Dann waren wir also die Diebe. Auch wenn ich nichts gestohlen hab. Oh fuck. Toll. Wovon wurde ich denn jetzt erwischt? Ich bin doch weggegangen. Hier sind die Diebe. Erstmal weg. Weiter weg. Geh weg, Roman. Geh weg, Roman. Oh, damn it. Schön weiter. Links. 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 Fuck. Ich kann den hier nicht aus dem Licht raus. So, das... So, das... Anything? No, I can't see a damn thing out here. Hop los, abroben. So, bin ich bald mal raus? Gut. Schön hier hinter verstecken. Mama, watch over me. Okay, Barney. Stay calm. Find a weapon. Eine Waffe? Nehmen wir die hier. Aus der Meck. Barney. Das wollte ich jetzt nicht. Dee? Oh Gott, Dee! I'm so sorry. Oh Gott! Why? You. Why? Warum hast du nichts gesagt? Do I love you? How bad is it? Why didn't you say anything? You should have said something. You, you did this. Oh Gott. You killed me. You killed me. Anybody see anything? Ich wollte das nicht. Die will nicht hören, also... Die. Die. Die, findest du sie? Die. Die. Die, findest du sie? Die. Die. Was ist passiert? Oh, Jesus. Oh, Lord, Bonnie. Was ist passiert? Oh, mein Gott. Die. Was ist passiert? Das ist der Mann. Das ist der Mann. Das ist der Mann. Sie ist tot. Wir müssen weitergehen. Wir können hier nicht bleiben. Ich weiß, aber nur noch einen Moment. Ich erzähle mir, was ist passiert. Sie ist tot. Sie ist tot aus. Ich dachte, sie war einer von ihnen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen, bis sie da war. Du hast das gemacht? Du hast das gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Wie ist das passiert? Ich habe sie nicht gesehen. Wie ist das passiert? Sie kam aus dem Leland. Sie kam aus dem Leland. Ich glaube dir, aber... Oh, Gott. Ich bin schnitzend. Ich bin schnitzend. Ich habe Sie nicht gesehen. Ich bin nach dem Leland. Ich habe sie hier. Ich bin hier. Das guckt. Das ist hier. Das ist hier. Was machst du? Okay, da sind wir wohl noch mal entkommen. Tag 400. Ich glaube 5 Uhr. Das Lager ist anscheinend auch gefallen. Ich habe ihn. Ich fand eure Zettler. Okay, ich fand eure Zettler. Ich fand eure Zettler. Ich bin ein scout für ein grosses Settlement im Norden. Wir gehen raus und suchen die Survivoren, um sie zu retten. Wie kann man dich nur überzeugen? Ich weiß nicht. Russell, komm an. Ich verstehe was das Problem ist. Also, wer will mit mir kommen? Ja, ich gehe. Ja, ich muss. Wir sind Menschen von Altersklassen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich gebe euch mein Wort. Ich gebe euch mein Wort. Und hier sehen wir nochmal, was wir alles gemacht haben. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ja. Ich habe gedacht, mit Altersklassen hätte ich den jetzt. Weil der wollte ja zu seiner Oma, ne? Deswegen Leute von allen Altersklassen. Aber ich hätte wahrscheinlich sagen müssen, da sind bestimmt Leute, die er kennt. Und, na immerhin, haben wir vier Stück. Und hier ist der Abspann. Ich könnte jetzt natürlich noch das so machen, dass ich alle habe. Aber ich werde das wahrscheinlich so lassen, damit das ein nahtloser Übergang ist. Dann werden wir im zweiten Teil sehen, was dann passiert. Denn im zweiten Teil werden diese Charaktere auch wieder auftauchen. Naja, alle die mitgekommen sind. Was wollte der jetzt noch alleine da machen? Also, wenn er alleine umläuft, dann wird der ihm das nichts mehr bringen. Der wird da alleine nicht überleben. Da sind sie tot. Aber das müsste dann ja heißen, dass der Nate die Frau nicht wirklich gekillt hat. Also, kein Headshot. Heißt... Ja, sonst würde ich den nicht überleben. Aber wir haben zwei Schüsse gehört, also muss der irgendwo anders hingeschossen haben. Aber warum hat der keinen Headshot gemacht? Und das war mein Handy. Ich hasse WhatsApp dafür. Und ja, das war... Fairytale. Ich mach das mal aus. Nervt. Geh aus. Blödes Handy. Das habe ich nur angehabt, weil ich noch was gespielt habe. So. Der hat aber blöd aus dem Auto geguckt. Und... So. Dann würde ich mal sagen, das war's für The Walking Dead Staffel 1. Und wir sehen uns dann in Staffel 2 wieder. Ciao.